Herzlich willkommen. Es steht noch aus, die Auflösung der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe zur Einheit klassische römische Rechtswissenschaft. Und dazu hatte ich Ihnen als Aufgabe vorgegeben einen komplizierten Text des berühmten spätklassischen Juristen Papinian, in dem es um einen Fall aus dem Kaufrecht geht. Ich würde nicht erwarten, dass Sie etwa im Rahmen der Klausur einen so komplizierten Text perfekt auslegen können. Ich möchte aber anhand dieses Textes zeigen, wie man sich einer Quellenexegese nähert, so wie das auch in der Klausur gemacht werden muss, und was es alles in einem solchen Text zu entdecken gibt. Bevor wir den Text anschauen, müssen wir uns ein paar Grundsätze des römischen Rechts klar machen, die für das Verständnis wichtig sind. An erster Stelle steht dabei die Idee des Miteigentums. Das ist auch deswegen wichtig, weil es das Miteigentum nach Bruchteilen in ganz ähnlicher Weise, wie es im römischen Recht geregelt war, auch noch in unserem heutigen Recht gibt. Heute wäre das geregelt in Paragrafen 741 bis 758. Da geht es allgemein um die gemeinschaftliche Beteiligung an irgendeinem Recht und speziell um das Miteigentum dann in Paragraf 1008 bis 1011. Ein Beispiel, wie wir es auch nachher in unserem Fall haben, wäre das Miteigentum von zwei Personen an einem Grundstück. Das Grundstück habe ich rechts zur Illustration skizziert, das wird uns nachher wieder begegnen. An diesem Grundstück, das ein Flächenmaß von 1000 Morgen haben soll, 1000 römische Jugera, das ein Morgen oder ein Jugerum entspricht etwa 25a. Daran soll nun a einen Miteigentumsanteil von 4 Fünfteln und b einen Anteil von 1 Fünftel haben. Das heißt nun nicht, und das ist das Wichtigste, was man verstehen muss, dass dem a eine Fläche von 800 Morgen gehört, die sich irgendwie auf der Karte abteilen ließe und dem b 200 Morgen, die man auch abgrenzen könnte, sondern den beiden gehört das ganze Grundstück zusammen. Sie sind also sozusagen an jedem Fleckchen auf diesem Grundstück gemeinschaftlich beteiligt, nur eben a in größerem Umfang als b. Das bedeutet, keiner von beiden ist Eigentümer einer bestimmten Fläche. Wenn man sagt, dem b gehören 200 Morgen von den 1000, dann ist das in einem übertragenen Sinne gemeint. In Wirklichkeit gehört ihm eben ein Anteil von 1 Fünftel an der Gesamtfläche. Das bedeutet zum Beispiel, dass a und b gemeinsam berechtigt sind, das Grundstück zu vermieten oder gemeinsam berechtigt sind, die Früchte zu ernten. Und wenn dann verteilt wird, würde von den Einnahmen der a vier Fünftel und der b nur ein Fünftel bekommen. Und erst wenn die Gemeinschaft aufgehoben wird, dann kann es dazu kommen, dass tatsächlich Teilflächen gebildet werden, dass also eine Grenze in dieses Grundstück gezeichnet wird und dem b eine Fläche von 200 Morgen zugewiesen wird und dem a die übrigen 800 Morgen. Das war nach römischem Recht möglich im Rahmen der Klage Actio Comuni Dividundo. Damit konnte ein Teilhaber vom anderen die Auflösung der Gemeinschaft verlangen und der Richter legte dann fest, welchen Teil jeder bekommt. Und im heutigen BGB ist das immer noch so geregelt, dass das eine Möglichkeit der Aufteilung ist. Eine andere wäre die, dass das Grundstück verkauft wird und vom Erlös der a vier Fünftel und der b ein Fünftel bekommt. Also nochmal, solange die Gemeinschaft besteht, solange a und b Miteigentümer sind, gehört ihnen das ganze Grundstück zusammen. Der a ist in größerem Umfang berechtigt, aber beiden gehört das ganze Grundstück. Keinem gehört wirklich eine Teilfläche von einem bestimmten Maß. Nur rechnerisch kann man sagen, dass dem Anteil des b von ein Fünftel eine vorgestellte Fläche von 200 Morgen entspricht. Dieses Miteigentum und seine Eigenarten werden uns nachher beschäftigen und im Zusammenhang damit die Regeln des römischen Kaufrechts und genauer die Regeln für den Fall, dass jemand einen Gegenstand verkauft, der ihm nicht gehört. Im römischen Recht gibt es keinen gutgläubigen Erwerb. Das heißt, anders als nach dem BGB ist es ausnahmslos so, dass das, was dem Verkäufer nicht gehörte, auch nicht Eigentum des Käufers werden kann, zunächst mal, weil eben der Verkäufer den Käufer nur dann zum Eigentümer machen kann, wenn er auch selber Eigentümer ist. Das bedeutet natürlich, dass es für den Verkäufer misslich ist, wenn er eine Sache kauft, die in Wahrheit nicht dem Verkäufer gehört hat. Dann ist sie auch nicht sein Eigentum und es kann ihm passieren, dass der wahre Eigentümer auftaucht und verlangt, dass ihm der verkaufte Gegenstand herausgegeben wird aufgrund seines Eigentums. Bei einem Grundstück könnte es also passieren, dass man von einem Verkäufer ein Grundstück kauft, dafür Geld bezahlt, das Grundstück übergeben bekommt und es später aufgrund eines Gerichtsprozesses an einen Dritten herausgeben muss, weil sich herausstellt, dieser Dritte ist der wahre Eigentümer, der Verkäufer war nicht Eigentümer. Genauso kann es passieren, weil wir eben die Vorstellung des Miteigentums haben, dass sich herausstellt, der Verkäufer war nur Eigentümer zu einem Bruchteil und es taucht ein weiterer Miteigentümer auf, der sagt, das Grundstück gehört teilweise mir, ich bin Eigentümer so eines ideellen Miteigentumsanteils. Was hat das nun für Folgen? Nun nach römischem Recht ergibt sich die Haftung des Verkäufers für diesen Fall nicht unmittelbar aus dem Kaufvertrag, sondern stattdessen aus einem besonderen Garantieversprechen. Beim Vertragsschluss lässt sich also der Käufer vom Verkäufer ein Versprechen geben, das üblicherweise so aussah, dass der Verkäufer verspricht, dass er für den Fall, dass es später zu einer sogenannten Eviktion kommt, also dazu, dass ein Dritter das Eigentum der verkauften Sache in Anspruch nimmt, dass er für diesen Fall verspricht, den doppelten Kaufpreis zu erstatten. Wenn ich also für ein Grundstück 120.000 Sesterzen bezahlt habe und nach einer Weile wird es mir wieder weggenommen von einem Dritten, es stellt sich heraus, der Verkäufer war nicht Eigentümer, bekomme ich den doppelten Kaufpreis, also 240.000 Sesterzen vom Verkäufer erstattet. Aufgrund dieser besonderen Garantieversprechens dipolatio duple. Und in der Logik dieser Haftung liegt es natürlich, dass ich, wenn mir ein Teil der Kaufsache entzogen wird oder wenn so ein Miteigentumsanteil geltend gemacht wird, ich entsprechend einen Bruchteil des Kaufpreises doppelt zurückerstattet bekomme. Man nennt diesen Vorgang Eviktion oder Eviktionshaftung. Eviktion bezeichnet den Vorgang, dass ein Dritter die Sache erfolgreich gerichtlich in Anspruch nimmt und, auch das ist wichtig sich zu merken, erst dann tritt die Haftung ein. Allein die Tatsache, dass der Käufer merkt, hups, ich bin gar nicht Eigentümer geworden, berechtigt ihn also noch nicht dazu, vom Verkäufer Geld zu verlangen. Erst dann, wenn ihm tatsächlich die Kaufsache weggenommen wird, dann hat er einen Anspruch gegen den Verkäufer. Mit diesen beiden Grundregeln des römischen Rechts im Hinterkopf können wir uns nun dem Text nähern. Und wenn wir eine schulmäßige Exegese machen, ist der erste Schritt, dass wir den historischen Kontext uns näher ansehen, dieser Stelle. Und dazu müssen wir einerseits auf die Bezeichnung der Quelle D.21.2.64.br bis 2 achten und zum anderen auf die sogenannte Inskription, also auf die ersten Worte, die der Text bringt. Das ist die Quellenangabe, die der Kaiser Justinian stehen gelassen hat oder einfügen hat lassen, als er die Texte der klassischen römischen Juristen in seine Sammlungen übernommen hat. Aus dieser Inskription erfahren wir also, der Text stammt ursprünglich von dem bekannten spätklassischen Juristen Papinian, der das hohe Amt eines Prefectus Praetorio unter dem Kaiser Caracalla bekleidet hat und dann von Caracalla hingerichtet wurde, angeblich weil er nicht bereit war, den Mord Caracallas an seinem Bruder juristisch zu rechtfertigen. Papinian ist allgemein für seine schwierigen Texte und seinen Scharfsinn bekannt, gefürchtet für die Schwierigkeit, berühmt für den Scharfsinn seiner Überlegungen. Und dieser Text stammt nun aus dem Werk, das das Schwierigste und das Scharfsinnigste sein soll, nämlich das Werk, das Questionis, Rechtsfragen, sich nennt. Und darin erörtert Papinian besonders schwierige Rechtsfragen, manchmal anhand von realen Rechtsfällen, oft auch anhand von offensichtlich extra zum Zweck der Erörterung einer komplizierten Rechtsfrage gebildeten Schulfällen. So sieht es auch in unserem Fall eher aus, dass das ein Schulfall ist. Man kann sich vorstellen, dass diese Questionis im Kreis der fortgeschrittenen Schüler des Papinian diskutiert wurden. Manchmal sieht man auch so ein bisschen, dass da Fragen gestellt und vom Meister beantwortet werden. Aus diesem Werk sozusagen mit dogmatischen Höchstleistungen stammt unser Text, ursprünglich. Aber er ist, wie schon angedeutet, uns überliefert in den Digesten Justinians. Also in dieser Sammlung von Auszügen aus klassischen Werken, die der Kaiser Justinian hunderte Jahre später, nämlich im Jahr 532, publiziert hat. Und in diesem Werk steht es, das können wir der Überschrift entnehmen, D steht für Digesten, in dem 21. Buch zweiter Titel. Darin ist es das 64. Fragment, also der 64. Ausriss, und von dem lesen wir die ersten drei Abschnitte für unsere Zwecke. Der Titel 21.2 ist insgesamt der Eviktionshaftung und der Stipulatio duple gewidmet, also der Haftung des Verkäufers für den Fall, dass dem Käufer die Kaufsache von einem Dritten weggenommen wird und seinem Garantieversprechen für diesen Fall. Die Bezeichnung PR bis 2 bedeutet, wie schon gesagt, dass wir aus diesem Textauszug wiederum die ersten drei Abschnitte lesen. Die einzelnen Fragmente, die einzelnen Texte, die Justinian hat aufnehmen lassen in seiner Sammlung, sind gegliedert in Paragraphen. Mit der Besonderheit, dass der allererste Abschnitt nicht Paragraph 1 ist, sondern das sogenannte Prinzipium oder der Anfang. Und der zweite Abschnitt, der trägt dann die Nummer Paragraph 1 und der dritte Abschnitt Paragraph 2. Unser Text ist in Wirklichkeit noch länger, also der Ausriss aus Papinians Questionen in diesem Titel 21.2. An der 64. Stelle ist noch etwas länger. Wir lesen nur das Prinzipium und dann die ersten beiden Paragraphen. Das mag zum historischen Kontext und zur Lokalisierung genügen. Damit können wir uns dem Inhalt des Textes zuwenden und wir verschaffen uns zuerst mal einen Überblick. Dazu habe ich Ihnen ein paar Skizzen gemacht und versucht, das zu animieren. Es geht die ganze Zeit um das Grundstück, dessen Form Sie eben schon gesehen haben, dass nach den Aussagen des Papinianen ein Flächenmaß von 1000 römischen Jugera, also 1000 Morgen, 1000 mal 25 A haben soll. Also ein recht beträchtliches Stück Land. Das wird verkauft, an den Käufer übergeben. Und nun kommt es zu mehreren Zwischenfällen. Im Prinzipium zunächst mal dazu, dass von diesen 1000 Jugera 200 Jugera abgeschwemmt werden. Also durch die Strömung wird ein Stück von diesem Land, ein größeres Stück abgerissen und verschwindet, sodass wir hinterher nur noch ein Grundstück von 800 Jugera haben, das der Käufer in Besitz hat. Und nun kommt es auch noch zur Eviktion. Es kommt ein Dritter und macht geltend, dieses Grundstück war in Wahrhaft. Teilweise mein Eigentum. Ich habe einen Miteigentumsanteil, den Papinianen hier mit 200 Jugera angibt. Nach dem, was wir schon gesagt hatten, heißt das, dass es ein bestimmtes, ein bestimmter idealer Bruchteil ist, den man hier mit 200 Morgen oder 200 Jugera angeben kann. Im zweiten Fall haben wir eine andere Entwicklung. Wieder wird das Grundstück zu 1000 Jugera an den Käufer übergeben. Diesmal kommt es nicht zu einem Abriss, sondern stattdessen zu einer Anschwemmung in Paragraf 1. Diesmal ändert sich das Grundstück also dadurch, dass nach und nach, in meiner Animation geht es recht schnell, dass nach und nach 200 Jugera angeschwemmt werden. Es bildet sich also hier so ein zusätzliches Horn. Das Grundstück ist jetzt 1200 Jugera, 1200 Morgen groß. Und dann kommt es wiederum zur Eviktion. Es kommt also jemand und macht einen Miteigentumsanteil von einem Fünftel geltend. Und schließlich im dritten Fall, Paragraf 2 des Textes, sind diese beiden Entwicklungen kombiniert. Zuerst wird oben ein Stück abgerissen. 200 Jugera gehen verloren. Das Grundstück hat jetzt noch 800 Jugera. Dann wird etwas angeschwemmt. Es kommen also wieder 200 Jugera dazu, sodass wir wieder bei 1000 Jugera sind. Und dann kommt es zur Eviktion. Dann kommt wieder der Dritte, der ein Fünftel Miteigentumsanteil für sich in Anspruch nimmt. Soviel zum Überblick über die drei Fälle. Wenn wir versuchen zu erklären, warum Papinian so entscheidet, wie er entscheidet, was für Grundsätze dahinter stehen, ist es am besten, man fängt mit dem einfachsten Fall an. Und das ist verwirrenderweise Paragraf 1. In Paragraf 1 wird gesagt, dass diese Anschwemmung, die also aus dem Grundstück von 1000 Jugera ein Grundstück von 1200 Jugera macht, letztlich nichts ändert an der Haftung. Der Verkäufer nimmt ja einen Miteigentumsanteil von ein Fünftel in Anspruch und infolgedessen muss ein Fünftel des Kaufpreises erstattet werden. Ich hatte in der Wiederholungsfrage angegeben, Sie möchten einen Kaufpreis von 120.000 des Terzen annehmen. Damit soll keine Aussage dazu verbunden sein, ob das ein realistischer Preis ist. Das ist gegriffen, damit man gut rechnen kann. Wenn also ein Fünftel evinziert wird, wäre ein Fünftel des Kaufpreises doppelt zu erstatten. Ein Fünftel von 120.000 des Terzen wären 24.000, davon das Doppelte 48.000. Das leuchtet zunächst ein, dass wenn ein Fünftel evinziert wird, auch ein Fünftel zu ersetzen ist. Zu beim Achten ist hier nur, dass die Tatsache, dass das Grundstück sich vergrößert hat, sich letztlich gar nicht auswirkt. Man kann also nicht etwa sagen, es ist ja nun ein Fünftel von 1200 Yugera in Anspruch genommen worden, also 240 Yugera. Daraus könnte man rein theoretisch den Schluss ziehen. Nun haftet man für die Entziehung von 240 Yugera von den ursprünglichen 1.000, dann käme man zu einem höheren Eviktionsbetrag. Das wäre aber in diesem Fall eine recht fernliegende Überlegung. Richtig ist also, die Tatsache, dass hier etwas angeschwemmt wurde und infolgedessen nachher der Miteigentümer auch einen größeren Betrag evinzieren kann. Er ist beteiligt zu einem Fünftel an einem Grundstück von 1200 Yugera, nicht etwa an einem Grundstück von 1000 Yugera, ändert an der Haftung des Verkäufers nichts. Er hat das Eigentum nur zu 4 Fünfteln verschafft und muss deswegen in Höhe von einem Fünftel für die Eviktion haften. Das heißt, das Doppelte von einem Fünftel des Kaufpreises 48.000 Sesterzen erstatten. Soweit so relativ einfach. Der Fall des Prinzipium ist auf den ersten Blick schwieriger. Hier geht es ja nochmal um den Abriss von 800 Yugera und nun wird wie Papinian verwirrenderweise formuliert eine Fläche von 200 Yugera evinziert. Nach dem, was wir gesagt hatten, kann das nur heißen, der wahre Eigentümer, der Dritte, macht einen Miteigentumsanteil von einem Viertel geltend, sonst könnte er nicht rechnerisch eine Fläche von 200 Yugera bekommen, wenn das Grundstück 800 Yugera groß ist. Das bedeutet aber zugleich, ursprünglich, das heißt, bevor es zu diesem Abriss kam, hatte er einen Anteil von einem Viertel an dem Grundstück von 1000 Yugera. Das heißt, er hatte rechnerisch 250 Yugera davon, ein Viertel von 1000 Yugera. Insofern könnte man sagen, so wie eben, sollte auch jetzt klar sein, dass ein Viertel die Höhe der Haftung des Verkäufers ist, dass er also nun für ein Viertel des Kaufpreises gerade stehen muss, das Doppelte eines Viertels des Kaufpreises. So entscheidet Papinian aber nicht, sondern er sagt, nein, es wird nur gehaftet in Höhe von einem Fünftel. Wie ist das zu erklären? Nun, es ist ja so, tatsächlich sind durch die Eviktion nur rechnerisch 200 Yugera, ein ideeller Anteil im Umfang von 200 Yugera dem Käufer entzogen worden. Vorher waren schon 200 Yugera ihm durch den Abriss abhandengekommen. Der Abriss ist nicht Schuld des Verkäufers, dafür kann er nichts. Er muss also nur dafür gerade stehen, dass rechnerisch ein Anteil, der sich umrechnen lässt, in 200 Yugera entzogen wurde vom Grundstück. Und da er ursprünglich 1000 verkauft hatte, von denen nun 200 durch einen Dritten in Anspruch genommen wurden, haftete er auch nur für ein Fünftel, obwohl der Dritte einen Miteigentumsanteil von einem Viertel hatte. Die Idee ist also, der Abriss, die Tatsache, dass da etwas von der Natur weggetragen wurde, kommt teilweise dem Verkäufer zugute. Das ist ja ein Stück Grundstück, das weggerissen wurde, aber nicht durch Verschulden des Verkäufers und deswegen reduziert sich seine Haftung. Er ist nur verantwortlich für das Abhandenkommen gewissermaßen von 200, morgen 200 Yugera und haftet deswegen nur in Höhe eines Fünftels des Kaufpreises. Also so wie in § 1 ist hier auch ein Fünftel von 240.000 Sesterzen zu erstatten, also wiederum 48.000 Sesterzen, das Doppelte von 24.000 Sesterzen. Und damit sind wir gerüstet, uns dem dritten Fall zu nähern, wo nun die beiden Fälle kombiniert sind. Erst fallen 200 Yugera weg, dann werden wieder 200 Yugera angeschwemmt, dann kommt es zur Eviktion von einem Anteil von einem Fünftel. Das sind also jetzt wieder rechnerisch 200 Yugera, so wie auch im Prinzipium, denn das Grundstück hat ja wieder 1000 Yugera und davon wird nun ein Fünftel vom dritten vom wahren Eigentümer in Anspruch genommen. Das ist also ein rechnerischer Anteil am Ganzen, der sich auf 200 Yugera beläuft. Überraschenderweise sagt nun Papinian, weder die Haftung in Höhe von einem Fünftel noch von einem Viertel ist richtig, sondern es wird nur gehaftet für die Eviktion von 160 Yugera von den ursprünglichen 1000. Wenn man die beiden vorigen Erklärungen zusammennimmt, ist das folgerichtig, auch wenn es eine überraschende Erklärung ist. Denn wir hatten ja gesehen, das Abreißen von einem Teil des Grundstücks reduziert die Haftung des Verkäufers. Das Anschwimmen vergrößert die Haftung nicht. Und das führt dazu, wir haben hier ein Grundstück von 1000 Yugera, das sich zunächst auf 800 reduziert hat. Der Verkäufer muss nun also nur noch gerade stehen dafür, dass 800 Yugera im Besitz des Käufers bleiben. Dann werden 200 Yugera angeschwemmt. Für das weitere Schicksal dieser 200 Yugera ist der Verkäufer nicht verantwortlich. Wenn jetzt ein Fünftel ideeller Anteil evinziert wird, heißt das, es werden 200 Morgens, 200 Yugera weggenommen. Von denen entfallen aber nur 160 auf das zwischenzeitlich vorhandene Grundstück von 800. Ein Fünftel von 800 sind 160. Und weitere 40 entfallen auf das Schwimmland, das erst nachher dazu kam, für das der Verkäufer nicht verantwortlich ist. Und das bedeutet eben, der Verkäufer haftet für eine Quote von 160 Yugera von den ursprünglichen 1000. Das wären also 16%. Das heißt, er muss 16% des Kaufpreises doppelt erstatten. 16% des Kaufpreises wären 19.200 Sesterzen. Da er das doppelt erstatten muss, zahlt er diesmal 38.400 Sesterzen. Und damit ist auch diese dritte Variante, Paragraph 2, hoffentlich hinreichend erklärt. Ich hoffe, Sie sind wie ich voller Bewunderung, aber auch voller Erstaunen über diese Lösung. Der letzte Punkt in einer klassischen Exegese wäre nun noch die Herstellung von Bezügen zum heutigen Recht. Ich hatte schon am Anfang im Rahmen der Vorüberlegung gesagt, das Bruchteilseigentum gibt es im BGB genauso wie damals. Bei der Haftung für Nichtverschaffung des Eigentums liegen die Dinge anders. Zum einen kommt das nicht so häufig vor, weil wir den gutgläubigen Erwerb kennen. Zum anderen ist die Verschaffung des Eigentums heute eine Hauptpflicht des Verkäufers. Es gibt also eine Haftung aus dem Vertrag selbst, und zwar die Haftung für die Nichterfüllung der Hauptpflicht. Die Regeln über die Haftung für Rechtsmängel für 35 BGB gelten nach heutigem Verständnis nicht, sondern wer das Eigentum nicht verschafft, der haftet schlicht für die Nichterfüllung der Verkäuferpflichten nach den allgemeinen Regeln. Was wir hier an Sonderregeln des Sachenrechts für Anlandungen und Abrisse gesehen haben, gibt es auch heute noch, und es ist ganz ähnlich geregelt wie im römischen Recht, aber nicht im BGB. Es gehört zu den wenigen Materien des Zivilrechts, die Ländersache sind, und deswegen müssen wir die einschlägige Regelung im Wassergesetz suchen. Für Rheinland-Pfalz im Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz, da finden Sie die Regelung, dass Anlandungen allmählicher Anschwemmungen von Land dem Grundstückseigentümer gehören, dem Eigentümer des Grundstücks, an das angeschwemmt wird, in § 7 Absatz 2 des Landeswassergesetzes. Diese landesrechtlichen Regelungen über Anschwemmung und über die Bildung von Inseln sind in jüngerer Zeit mal Gegenstand einer BGH-Entscheidung gewesen, BGHZ 92 326. Da war die Insel allerdings schon entstanden im 19. Jahrhundert, dann hatte es allmähliche Anschwemmungen gegeben, und das Ganze war zu entscheiden nach französischem Recht, weil damals hier an der Mosel französisches Recht galt, und zur Auslegung des französischen Rechts, wie es damals galt, hat der BGH römisches Recht herangezogen. Da finden Sie also lange Ausführungen zum Verständnis der römischen Quellen über Inselbildung, Anlandung und dergleichen in einer modernen BGH-Entscheidung. Das können Sie vielleicht gelegentlich sich mal zu Gemüte führen. Damit ist hoffentlich alles gesagt zu dieser Vertiefungsaufgabe. Wenn Sie es schwierig fanden, kriegen Sie keinen Schrecken. So schwer wird es in einer Klausur nicht. Wenn Sie es interessant fanden, dann geht es Ihnen so wie mir. Vielen Dank.